Hallihallo, Hallöchen, liebe RambatsammerTV-Freunde. Danke! Das hat mir mal ein Kunde geschenkt, weil wir ihm einen Sonderpreis gemacht haben für eine größere Menge. Und es ist kein Videodeal heute, sondern einfach mal ein kleines Dankeschön an euch alle, an jeden einzelnen von euch. Dir, 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 da hinten Dir auch, an euch alle, dass ihr uns so die Kundentreue haltet und immer wieder bei uns seid, zu uns haltet und uns immer wieder neu die Treue haltet. Jeden Tag hier im Laden und auch bei den Videodeals. Einfach mal ein Danke, Danke, Danke für eure Kundentreue und eure Bestellung. Das ist im Prinzip alles, was ich mal sagen möchte, weil es ist wirklich unglaublich. Zeit Corona machen wir ja noch mehr online und wir verkaufen ohne Ende. Klar, wir machen super Deals, super Preise, aber trotzdem an dieser Stelle einfach mal ein Dankeschön vom ganzen Rambatsammer-Team. Von mir an euch alle. Danke, Danke, Danke und wir werden euch das Ganze noch mehr danken, indem wir noch mehr Deals machen, noch mehr versuchen, bessere Preise zu bekommen. Und ich kann euch sagen, es kommen so viele Deals, ja. Guck mal, drehen wir hier rum. Wir werden Feuerwerksdeals machen, ja. Da kann ich euch jetzt schon sagen, das wird nichts zum Verschicken sein, sondern zum Abholen, aber da werden Mörderdeals kommen. Es kommen Deals von Original Swarovski Ware. Ich möchte das mal zeigen. Original Swarovski Sachen, die kommen, ja. Da kommen die nächsten Tage viele Deals für Nikolaus für Weihnachten. Da müsst ihr an Geschenke denken, weil diese Deals sind alle begrenzt. Original Swarovski Armbanduhren, Anhänger, Ketten, was da alles kommt, Knaller. Dann hier drüben jede Menge Weihnachtsdeals, Weihnachtsbeleuchtungsdeals, ja. Wir haben schon so viel vorbereitet. Wir können es ruhig mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zaubern und labern. Guck mal hier, vom Lieferanten vom dänischen Bettenlager, kann ich das ruhig sagen, ja. Gibt es jede Menge Deals. Dann gibt es hier jede Menge Deals vom Fernsehsender, die da kommen, ja. Hier drüben aus dem Erzgebirge. Hier, da kommen Deals, ja. Von einem holländischen Lieferanten. Guck mal, vom allerfeinsten, wo die Ware her ist, kann ich es dir vorstellen. Fängt mit I an und hört mit Ikea auf, mit A auf, ne. Also unglaubliche Lampen kommen da. Also wir machen Deals, bis der Arzt kommt. Als Dankeschön, okay. Jetzt haben wir schon mal ein paar vorbereitet für euch unten drunter. Nochmal, danke, danke, danke für eure Kundentreue. Und vor allem, ja, weiter so. Und ja, dass ihr uns auch immer weiter empfehlt. Das ist auch immer so eine schöne Sache, ja. Leute klicken, teilen das bei Facebook, bei Instagram, wird die Story geteilt, gemacht, getan. Also ihr seid einfach spitze. Ihr seid genauso, wie ihr spitze sind, seid ihr spitze. Also einfach mal vielen lieben Dank vom Allerfeinsten. Ihr seid Kunden, wie man es sich nur wünschen kann. Danke, danke, danke. Und der ein oder andere Hater, du weißt du was, Neid muss man sich hart erarbeiten. Mitleid kriegt man geschenkt, okay. Also bis dann. Macht's gut und viel Spaß mit den neuen Deals. Tschüss. Musik Musik